hallo zurück zu eso weiter geht's das ist für mich die letzte folge müsste dann am montag kommen aber alles geklappt sollte aber heiße ist die letzte folge ich jetzt hier vorprogramm vor aufnehmer rasachsrat jetzt habe ich nicht wehme ruine wenn man hier schon sieht ist das auch eine so komisch dass da keine tue ist kommt jetzt erst offene verließe das heißt nicht egal ich muss aufnehmen mal aufnehmen ja 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 So, ich war ein bisschen größer. Da geht aber noch, da ist nix, auch keine Himmelsscherbe, da ist Geröll. Ausschwärmen, umzingeln sie. Äh, es ist gar nix, auch egal. Bücher egal. Oh, schade, nix gebracht. Äh, das lasse ich jetzt. Ein bisschen nix. So. Ja, wäre schön. Nicht töten, vernichten. Ausrotten. Ausmerzen. Wenn der Landkarte wischen, das sind Ansagen. Ach, Rettig. Da liegt was, ein Zettelchen. Ja. Er drängt sich mehr aus dem Gehirn auf, das kenne ich noch irgendwie. Wie. Wo ist schon lange her? Nicht jetzt. Jetzt. Ich kann es kaum glauben. Dank dem... Himmelsscherbe kann ich noch nicht sehen. Der große... Ich werde einen Ort finden, an dem ich mich verstecken kann. Der große Vater möge über uns beide wachen. Ja, bitte schon machen. Alter Zeit. Ein bisschen Breakdance. Da ist der erste Schlüssel holen. Am Boss durchsuchen. Ja. Ungeschlüssel haben wir schon mal. Äh, mach die Karte. Ach so. Ja, geh mal da ist hin, ne? Aber... Himmelsscherbe kann auch da hinten ja sein. Ich kann auch so dann zurückgehen. Genau. Genau. Ah. Oberspiegungen geht. Oberspiegungen geht. Ein Bärchen schläft? Oder was? Hat er keinen Bock? Ah. Ey. Hab geblockt. Ey. Hab geblockt. Mach an da. Hallo. Magiker. Schatzkarte. Da tauchte nix. Alarm! Eindringlinge! Ja. Schon wieder? Ja. Deswegen bin ich auch gestorben. Im komischen Kreis. noch mal erledigt. Jetzt aber hier runter. RASAX RAT Rrrrrrrrrr Rrrrrrrrrat Viele geschlagenes Experiment. Hände weg. Das ist kaiserliches Eigentum. RASAX RAT soll euer Grab sein. Nein ist deins. Es ist schön groß hier. Fast für den Ego. So ist da was. Warum ist die Himmelsscherbe? Hier ist auch nix. Nachher zahlgeruch. Genau. Ist wie ein Kistchen. Truhe. Warte mal kurz auf. Und raus hier. So. Da da. Da 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 da. 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 Da da. Wahrscheinlich. Da. die drei drachenrütte, mit schwerer butt Adrikkot. Hier aber Ordz. Das hat die drei drachenrütter. Schwierbar Rüstung. Ja, ist eigentlich dieser offene Verlieser. Da sind die Gruppen von Monstern größer, von Mobs, und die Bosse haben viel mehr HP. Äh. Ich will mal Centurio. Ich werde aber normaler HP anzahlen. Oh, tschüss. Krachenrütter mit der Flampeitsche. Mach mal Schaden, Kollege. Ach ja, äh, links? Ne, ist gar nichts. Hier ist gar nichts. So, Brunnen durchsuchen. Äh. Schließ Reisachsgewilbe auf. Ja, hier muss man lang. Hier muss sie lang. Lange, lange, lange ist her. Äh, die nicht. Reisachs-Kolosse, noch so ein kleiner Boss. Wenn man, glaub ich, alle großen Boss hier jeweils macht, in, äh. Und den offene Verliesern gibt es auch noch einen Erfolg für. So. 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 Seelenstein. Ach, wie schlecht. Da ist ein normaler, wie immer Centurio. er ist ja endlich den blumen gebrochen oder was jetzt aber nicht keine sorge rasachsrad mache ich noch komplett fertig in der folge wenn jetzt 20 minuten geht lesion und schließt mir eine gewölbe tür ok ach was ich falsch da ist auch einer ich habe nur Dreh mit Centurios hier oder was verließ heiler wo bleibt da kommt die nicht in die Tür mein Gott da ist er endlich äh ne ich nehme das Fähre da ist doch was Tagebuch finde ich die Kamerad Gussform ah ja da war doch was ja das Kamerad her ich stehe das macht ja schwierig sind eigentlich die besten tun da das beste Zeug drin ist heilungsstab siebte legion wie viel noch von der siebte legion macht die anderen für einen Scheiß ach mach die anderen für einen Scheiß erst mir raus da ist ausgang ich habe deinem raum alles erledigt erst hat weiß ich nicht da wollte ich sowieso noch hin in die richtung es gibt doch jeden bist ein war was macht der typ nein 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 die drüben einmal rum einmal rauf auch erledigt kriegen das beim papier fürst ich schaue ich nachher nach das kamerad er schläft jeden scheiß an macht den typ schon den nächsten holt mein gott komm sterb für eine dummheit meine frisse die die Arsch, komm mir helfen hier. Ich schlipp den ganzen Scheiß hier an. Ich muss ihn platt machen, oder was? Boah. Idiot. Der greift alles an. Panzerschule, siebten Legion. Ja, muss ich gleich mal gucken. Ob was besseres dabei ist. Da ist nix. Da ist auch nix. Bleib doch stehen, du Arsch. Mein Gott, ey. Er ist ein Drachen, mit einer schweren Rüstung. Und er rennt durch die Gegend. Boah. Dann schnott der nächsten. Hinten war ich noch im Mob. Meine Fresse. Ach, ist ein Boss. Macht auch so gut wie gar kein Schaden. Kommt mir vor. Und ich muss ihn auch noch mitteilen. Oh, ohne Worte. Ja, mit einer Flampeitsche, ey. Ohne mich wäre schon achtmal verrückt. Okay, vielleicht nicht achtmal, aber siebenmal. So, hier in die Mitte. Boah, was soll er beim Pult, der alles? Meine Fresse, ey. Ist der kranker Typ, oder was? Ist er so XP geil? Ich denke, Scheiße, weil es doof ist. Was seid ihr? Fertig. Abgeschlossene Rätsel von RASAK. Aber Himmelsscherfe habe ich noch nicht. Ich bin auch nicht immer vorhanden, aber trotzdem muss er irgendwann sein. Hm. Ach komm, was jetzt kürzer wäre ich. Ich hab die zwei auf einmal. Aber er? Naja, sicher schwarz. Noch mal zwei. Mein Gott. Was wollt ihr denn von mir? Meine Fans. Aber ich muss mentalerweise auch aufpassen. Bei wie vielen Gegnern. Da kann man schon mal leicht sterben. Krei was du ich. Ich geh hier lang. Ich habe mich noch nicht mehr vorgegeben. Ach, warum müsst ihr alles pullen? Meine Fresse. Ich muss mich bewegen, eine Drachenwütte aber nicht. Nur solche Info. Dann sterb. Strip mit dir! Ach. Ach. Ich muss zurück zu meinen Vorgesetzten. Mit ein bisschen Glück herrscht bei diesen Mistkerlen auch immer Chaos, wenn wir zurückkommen und lebt wohl. Noch mal erwischen die mich nicht. Eine Woche hier drunten zu verbringen war sehr motivierend. Ich brauche Urlaub. Ja. Ah. Ruft ungeschrieben. Ja. 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 Ich kann es gerade durchsagen. Aber jetzt ist Schluss. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von ESO. Bis dahin. Schön mit Öl. Ja. 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 Ja.